Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Melde dich bei der SAS-Basis in Hereford. Du musst in ein Übungshaus eindringen und es von Feindkämpfern befreien. Im Nahkampf müssen Operator die Situation schnell einschätzen, um Feinde und Geiseln zu lokalisieren und zu identifizieren. Sichere das Gebiet mit einer langsamen, systematischen Suche. Hier triffst du auf einen gut trainierten Feind, ausgerüstet mit Militärwaffen und Sprengstoff. Verlass dich auf die Grundlagen der Waffeneinsatzdisziplin und deine Fähigkeit, Feindbeschuss mithilfe deiner Umgebung zu entgehen. Nicht aufhören, bis die Bedrohung neutralisiert ist. Eliminiert alle Terroristen. Hier Completion vom Fähigkeit... Alles verschossen! Ich lade nach! Ich lade nach! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017